Im Grunde genommen sind wir in einer Gesellschaftskrise, die eben die Pluralität, die Meinungsfreiheit zunehmend eingeengt hat und damit aber wächst die Gefahr der projektiven Gewalt, der projektiven Feindseligkeit, der Spaltung in verschiedene Lager. Das muss man mal auch wirklich realisieren, dass diese angsteinflößenden Informationen im Wesentlichen von der Politik gekommen sind und von den Medien verstärkt worden sind. Was in der letzten Zeit an Denunziationen wieder entstanden ist, es ist sagenhaft und im Grunde genommen sind die Denunzianten, jetzt spreche ich mal wieder als Psychotherapeut, arme Menschen, wieso wird eigentlich der Diskurs vermieden? Warum gibt es keinen wirklichen wissenschaftlichen Austausch unterschiedlicher Positionen? Das sind Dinge, die dann im Grunde genommen die Verunsicherung noch verstärkt. Wenn es einen politischen Plan gibt, irgendetwas verändern zu müssen in unserer Gesellschaft, dann ist die Furcht vor einer Erkrankung, eine Pandemie nahezu ein genialer Schachzug. Wir können jetzt schon davon ausgehen, damit rechnen, dass die Folgen bis die Toten durch das Covid-19 wesentlich geringer sind als die Folgen und auch die Sterberaten der Menschen durch die politischen einschneidenden Maßnahmen.